Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder! Mein Name ist Captain O'Rourke und ich begrüße euch herzlich zu Das Komedium aus der bei den Crazy Cops New York! Wir freuen uns heute, sich hier begrüßen zu dürfen, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir fragen sich, was ist denn besonders an diesem besonderen Tag? Nun, es ist der zehnjährige Gedenktag zu Ehren unseres Ründers der Police Academy Captain McNamara. Und ihm zur Ehre haben wir eine filmreiche Statue anfertigen lassen. Und diese dort, äh, Lorenzo, du solltest die Statue putzen, schauber machen, aber nicht die Farbe entfernen. Klanorus fangt sich reich und bringt ein Espresso, ja? Mal gehen auf! Was macht's mit dir? Frühsport, sollen alle mal mitmachen? Habt ihr Lust drauf? Nein! Nein! Also, ich stelle dich schon! In wenigen Minuten erscheinen hier der Senator McFlurry samt den Kollegen vom FBI nun noch. Sie werden uns dies, das Erde, das Erde vom Wettbewerb, werden sie uns überreichen. Soll ich dir sagen, wie viel? Es sind zwei Millionen Dollar! Wir sind hier beim Film, das heißt, ihr müsst schon ein bisschen mitmachen als Statist, ja? Ich sag das doch mal, es sind zwei Millionen Dollar! Ja! Wichtig, wir werden hier neue Fahrzeuge kaufen! Ja! Ja! Alleine Freude bauen! Neue Straßen! Ja! Und für die Sicherheit, natürlich, unsere Bürger weiterhin gewährleistet. Ja, also Meck-Nomarra war wirklich ein sehr, sehr guter Kett. Ihn fragt die Polizei sehr am Herzen. Aber warum steht Washington ausgeregt als Senator, um uns das Geld zu verdienen? Doch sollte Washington ausgeregt als Senator hierher schicken. Weißt du's? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab einen Washington mitbekommen, wie gut ich meinen Job beherrsche. Ja, vielleicht kann ich sogar befördern. Ich werde einen Orden bekommen. Ich werde der Generale der Polis einstellen. Hört sich das nun an? Hört sich das nun an? Ja. Was ist das denn? Hast du schon wieder eine Pizza beim Lieferdienst bestellt? Du sollst dann aufhören. Moment, da sitzt jemand drin. Mach doch mal die Tür auf. Da sitzt jemand drin. Hinten. Hinten. Eine kleine Begrüßung für die Kämpfer. Achtung. Sind Sie Captain O'Brien? Ja, ich bin Captain O'Brien und Sie? Ich bin Secret Agent LCW. Ich bin auf einer Undercover-Mission, um Ihnen die geheimsten Neuigkeiten mitzuteilen. Moment, es hat überhaupt keiner gesagt, dass Sie heute hier erscheinen. Das Verteidigungsministerium im Pentagon schätzt eben die absolute Geheimhaltung. Captain O'Brien. Das ist natürlich selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun? Captain O'Brien, eine kriminelle Bande, die im ganzen Land besucht wird, hat die Stadt der Reise. Wir haben einen Überfall auf diese ruhmreiche Polizeiakademie. Wir kennen leider nicht den Kopf der Bande und wissen nicht, wo sich dieser aktuell befindet. Sie sollten jedoch auf jeden Fall alarmbereit sein. Alarmbereit? Das sind wir doch von einem Captain O'Brien, der sich doch von niemandem aus der Ruhe bringt. Sollten wir euch mal zeigen, wie bereit wir sind? Hallo, mitmachen. Sollten wir euch mal zeigen, wie bereit wir sind? Ja! Und dann geht mit den Countdown auf drei, zwei, eins, jetzt! Nazi, Wahnsinn! Schau zurück! Tada! Das war noch nicht alles, jetzt an ihr wieder dran auf! 3, 2, 1, go! Das ist wirklich nicht so. So, das war jetzt mal Donuts! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 4, 3, go! 4, 1, go! 5, 2, go! Ach, dann raus! Oh, nein, ja, oh, nein, nein! Meine Jungs! Also glauben Sie mir, mit solchen Jungs müssen wir uns keine Sorgen machen. Und wir können heute Nacht in Ruhe schlafen, ja. Aber ich glaube, der Anlage ist noch nicht so ganz wach. Und wer ist denn mal in einem Salut zu Ehren unseres ehemaligen Captain Beckermann, Jan Palettino? Ein Salut! Salut! So, genau. Wir werden alle mit platschen. Wir werden mal hier. Wir platschen alle im Kack. Und jetzt der Kautau. Okay, zwei, eins, zwei! Oh, Spaß, komm! Kannst du doch Lorenzo hin vom Dach schießen? Lorenzo, was ist mit meinem Espresso? Ja, wie, kein Espresso? Habe ich Bohren auf den Augen? Hat sich die Stadt gerade bewegt? Bewegen sich die Statue wieder drauf? Ja! Valentino, die Statue bewegt sich. Klapp hinterher! Nimm sie fest! Du hast ja zu kurze Beine. Komm zurück. Valentino, komm zurück. Weißt du, wer das war? Ich weiß, wer das war. Das war ein alter Bekannter von mir. Ich hab ihn mal festgenommen. Ich glaube, er ist immer noch etwas böse. Ja, er ist der meiste zügigste Verbänder. Immer woanders. Soll ich euch sagen, wer das war? Das war? Das war? Das war? Das Kameleon! Boah! Ich bin mal ganz kalt in die Luft wieder. Was jetzt? Sie sind hier bei Dick und Hof oder was? Kann, 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 kann. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt nach hinten und machen einen Anti-Kameleon-Plan. Ja! Das sind wir gut gemischt. Also los! Äh, das ist ja toll. Wir planen das ja ein bisschen und nachher werden wir genau im Sinn, wie wir es erinnern müssen. Und, ganz ehrlich, sagen wir bitte nie, ein Kameleon ist an den Krummen. Wow! Valentino! Valentino! Schön, ich! Schön, ich! Oh! 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 Ich, ich! Ja, wir gehen weniger. Wir gehen nicht an die Sch consultation. Lilly sehen wir jetzt. Ich w matter der diesen Bau Und besonders dieser Caprio Pride, die ahne ich einmal, dass wir in die Jubiläumsfeier gründlich ruinieren. Ich verstehe, wie das Geld einfach während der Feier. Wir haben einen perfekten Plan ausgetüftet und müssen nur noch aus dem Warten zu sehen wollen. Was ist jetzt los? Wir haben uns schon mal ein bisschen Wartenwagen. Oh my god! Oh my god Oh my god! Oh my god! Oh my god! WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken 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 Satelliten WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken